Guten Morgen und herzlich willkommen zu der Morgenandacht. In den letzten fünf Andachten haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie kommt es dazu, dass ich sündige? Wir haben uns fünf Schritte angesehen, die uns Jakobus im ersten Brief in Versen 14 und 15 aufzeigt. Ich lese diesen Text noch einmal. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von der eigenen Begierde gereizt und gelockt wird, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebührt sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebührt den Tod. Nun stellt sich wahrscheinlich die Frage, warum leben wir noch, wenn die Sünde den Tod gebührt? Ein wenig haben wir darüber geredet bei der letzten Andacht. Aber eine weitere Frage möchte ich hier stellen. Wir sprachen davon beim vierten Schritt, dass eine bereits empfangene Sünde, wenn der menschliche Wille der Versuchung, der Begierde zugesprochen hat, die ihr Okay gegeben hat, dass im Menschen selbst es nichts mehr gibt, was die Sünde aufhalten könnte, sie wird dann geboren. Aber hast du jede Sünde verbracht, die du empfangen hast, über die du nachgedacht hast, die du gewünscht hast? Ganz sicher nicht. Wie kommt es dazu? Was hält diese Verwirklichung der Sünde auf? Bereits vor Jahrhunderten hat John Owen sich Gedanken dazu gemacht und schreibt dazu, Es gibt eine ganze Welt von Sünden, die Mutterleib des Willens und des Menschenherzens empfangen, aber nie geboren werden. Was das Herz zeugt, will es auch gebären. Der Entschluss des Willens zu sündigen ist bereits Sünde. Sie verliert nicht an zerstörerischer Kraft, selbst wenn sie nichts getan wird. Das Verhindern ihrer Verwirklichung liegt ganz woanders. Von Seiten des Menschen müssen zwei Bedingungen erfüllt werden, damit die Empfangen der Sünde verwirklicht werden kann. Er muss dazu imstande sein und sein Wille muss darauf bis zur Vollendung der Sünde beharren. Daher ist es offensichtlich, dass das Verhindern der Sünde einen Einfluss auf die Situation oder auf den Willen des Sünders haben muss. Und das muss von Gott kommen. Die Bibel ist voller Berichte darüber, wie Gott das tut. Wie das Böse, das Menschen sich vorgenommen, nicht zur Verwirklichung kommt, denken wir nur an den Pharao, der dem Volk Israel, das er dann losgelassen hat, nachjagt, mit seinem ganzen Militär, seiner Weltmacht und fest entschlossen, sie aufzureiben und zu vernichten. Und Gott verhindert das. Er öffnet das Rote Meer von dem Volk Israel, sie können durchgehen, und er schließt es, während Pharao ihnen durch das gleiche Rote Meer hinterher jagt und ertränkt sie alle. Er hat es verhindert, dass sie ihr Vorhaben verwirklichen könnten. Oder denken wir an das Vorhaben der Menschen, sich nicht über die Erde zu zerstreuen, nicht sie zu füllen, sondern zusammen zu bleiben, einen Turm zu bauen, in den Himmel sich einen Namen zu bauen. Und Gott verhindert dieses Werk durch eine Sprachtverwirrung. Der Turm zu Babel. Oder die Männer in Sodom, die Gäste Loths, die drei Männer, die drei Engel, fordern, damit sie sie missbrauchen können. Gott verhindert es dadurch, dass er sie blendet. Er macht es unmöglich. Hier greift Gott ein und verwehrt die Gelegenheit zur Verwirklichung der Bosheit oder der Sünde, die sie vorgenommen haben. Doch seine Gnade, sie kann auch den auf die Sünde gerichteten Willen des Menschen ablenken oder ihn umkehren, verändern. Zum Beispiel Esau. Wir können das in 1. Mose 27, 32, 33 nachlesen. Er zog Jakob entgegen mit böser Absicht. Aber Gott verändert seine Haltung, sein Herz. Laban hat vor, Jakob nachzujagen und ihm einiges anzutun. Aber durch einen Traum denkt er um. Herodes, er hat vor, Johannes zu verfolgen. Aber er muss nachdenken, weil Gott ihm die Schwierigkeiten aufzeigt. Jesus' Brüder, die haben fest geplant, ihn umzubringen. Ihre Mordpläne werden verändert, dadurch, dass sie umdenken, dass es eine wirtschaftlichere Möglichkeit gibt, ihren Bruder loszuwerden und sie bringen ihn nicht um. So kann Gott auch das Denken, die Gesinnung verändern. Wir haben eine ganze Reihe von Beispielen, die uns aufzeigen, wie Gott die Verwirklichung der Sünde, die ich bereits empfangen habe, zurückhält. Können wir uns vorstellen, wie viel Sünde in meinem Leben, in deinem Leben aufgehalten worden ist? Sie ist deswegen nicht weniger schlimm und nicht weniger sündig, wenn sie in meinem Herzen empfangen worden ist. Aber sie kommt nicht zur Auswirkung und zieht nicht so viele andere Menschen in Mitleidenschaft. Das ist alles Ausdruck seiner Gnade. Und ich wünsche es mir sehr, dass wir nach den fünf Schritten, die zur Sünde führen, zur Verwirklichung der Sünde und zu ihrer Konsequenz führen, dass wir die Gnade Gottes wieder neu in den Blick bekommen. Ich möchte hier noch einen Abschnitt von John Owen vorlesen, der uns dazu auffordert, diese Gnade wieder bewusst wahrzunehmen. Hat Gott, als du Sünde empfangen hast, deine Kraft zu Sündigen geschwächt oder dir eine Gelegenheit verwehrt oder das Objekt deiner Begierde weggenommen oder deine Gedanken durch sein Lenken zur Umstände abgewendet? Dann sollst du sicher wissen, dass Gott dir darin seine Gnade erwiesen hat. Wenn Gott dir nicht in dieser Weise helfen würde, so wärest du heute ein Schrecken für dich selbst und für deine Mitmenschen. Du würdest dann die Strafe für alle Sünden bekommen, die du empfangen und dann auch geboren hast. Außerdem erzeugen die bereits verbrachten Sünden eine zusätzliche Schuld, weil deine Mitmenschen dadurch in Mitleidenschaft gezogen und womöglich ins Verderben gestürzt würden. Dies alles wurde durch Gottes Gnade abgewendet. Die Ewigkeit wird uns von diesen Wirkungen der Güte Gottes Zeugnis ablegen. Das gibt uns eine neue Perspektive auf die Frage, warum lässt Gott so viel Leid zu? Lass uns mal darüber nachdenken, wie viel Leid hat Gott abgewandt, dadurch, dass er viele böse Vorhaben nicht zur Auswirkung kommen lassen hat. Lass uns mit Dankbarkeit für diese Gnade umso entschlossener uns gegen die Sünde zu wehrsetzen. Gott sei uns gnädig und bewahre und behüte auch heute uns in jeder Versuchung. Gott sei uns gnädig und bewahre und behüte